Und wir sind wieder da, mit DDDJ2000 hier. So, wir sind jetzt mal ins Gefä... Uuuuuh... Ah! Nein! Ich werde sterben! Was? Mein Granat hat nicht ihm getötet? Das ist ja unlogisch. Das ist ja unlogisch. PP2000... Was ist das ein Sniper? Das war's. Was ist das? Nein, das ist kein fein. So, wir müssen aufpassen. Wissen in ihrem Gebiet. So, wir nehmen halt Bravo jetzt ein. Ein großartiger Hupfrau hat uns geflogen. Zum Glück hat er uns nicht gesehen. So, jetzt gehen wir mal weg von da und passen mal auf, was passiert. Die Feinden sind... Es kommt... Sie haben es schon. So, aber schon haben wir halt... Nur Sex getötet, das ist nicht schlecht eigentlich. Und 13 Mal gestorben, okay. Das Spiel hat mehr Action als 1943, das muss ich sagen. Das war knapp. Das war knapp. Das muss ich sagen. Das war knapp. Viel besser. Jetzt haben wir mal... 8 Kiss. Das tut wieder gut. Hat er truppengelernt. So, da haben wir noch eins getötet. Getötet. So springt man rüber. Aber solche paar Sekunden können das Ende deines Lebens sein. Sekunden in echt sind sehr wert. Da habe ich ein Laser gesehen. Lasers sind nie gut zu sehen. So, jetzt haben wir endlich mal mehrere Kills. So, dann bleiben wir neben ihm sein. Hüssen wir den Kanonfutter. Schon mal ein langes Spiel. Die ersten zwei Parts war ich nicht sehr gut. Jetzt fühle ich mich relativ besser. Ich habe ihn eigentlich getroffen, der Typ. Der hat verlassen unsere Freunde. Das ist in Ordnung. Der hat keine Lust. Der hat keine Lust. So, jetzt sind wir fertig mit unserem Freund. Aber ich glaube, ich spiele vielleicht etwas anderes. Schauen wir mal. Ähm, gehen wir mal hier. Und Michael von Granate was tut. Ähm, ja. Wir bleiben mal in Deckung. Wir lassen das Leben bei uns hier. Und der Deckung wird immer weniger. So, wir suchen uns mal. Aber ich kann kein Kills. Ich will Kills. Kills. Doch, ein Toda. So, das war besser, finde ich. 13,15. Jetzt sind wir mal wieder mal im Spiel. Jetzt geht's mal ab. Diese Waffe ist so gut, finde ich. Es ist meine Lieblingswaffe. Und ich mag's richtig eigentlich. Ich wollte eigentlich Rush spielen, aber dann hat sie dieses Modus verwechselt. Aber es ist egal. Lass uns vorrücken. So, schon wieder mal sind wir tot. Zu spielen machen Spaß, aber nicht so lang. So, wenn man hat keine richtig Zeit. Ich werde sagen, versuch mal Deathmatch lieber. Oh, das ganze Gebäude ist kaputt. Auf den Weg, Herr Panzer. Ich hab das Recht. Zu fahren auch. Nicht auf das Ding schießen. Kann es nicht mal. Das ist schwer gerüstet. Eigentlich nicht so schwer gerüstet. Aber, hm. Ist egal. Äh. Phew. Das nenne ich mal Action. Aus den Schlacht. Wir waren fast getötet wegen wir waren aus den Schlacht. Ohne ein Fahrzeug. Eigentlich mag ich fliegen als alle anderen Fahrzeuge. Ich hab. Ich hab. Ich tu dein Glitching raus. Das hat geglipst. So, ich hab ihm aus sein. Ah. So, ich hab ihm gerettet sozusagen von sein Glitch. So, jetzt hab ich dieses Teil. In mein Sicht. Das ist eigentlich knapp. Ich hab die Granate zurückgeworfen. Das ist eigentlich witzig. Ich will wieder hin. Geben wir weiter. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir weiter. Los, Läufer! Wir müssen uns erobern. B werde erobert. Ne, C werde erobert. Von die Feinde. Vergessen wir auf C. Okay. Ich glaube, ich werde vielleicht das Spiel mal stoppen. Wegen ist es schon lang. Aber wir sehens. Eigentlich nicht. Wir müssen heute noch ein wenig länger kämpfen. Und das ist halt so. So, muss das halt mal sein. Ich wollte ihn messern, aber es wird nicht geklappt. Im Wesentlichen ist er tot. So, jetzt nehmen sie schon A wieder. Aber gut, dass ich gehe schon mal in der Richtung vom A. Und ich werde jetzt mal unsere Freund versuchen zu retten. Wow! Ja. Das Gebäude war ja. Pasch und meine ganze Angriffstruppe mit seinem P9-Begel gestoppt. Die Hubschrauber können vielleicht was nützen, als der schießt mal auf die Feinden ein wenig. Ich nur gegen feindliche Hubschraubern kämpfe. Das mag ich nicht, wenn die so sind und kämpfe nur gegen feindliche Hubschraubern. Ich mag, wenn sie ein echtes Job machen, um den Infanterie zu helfen. Vielen mal. Als ich noch ein bisschen den Bedeutung packe des Sp taped. Ich konnte keine Ahnung, um den Bedeutunen developed. Ich meinem auch premier hätte Glück. Das war schön. fifth chills. Aufhören. das geht mal hier aber feind der ist tot bleibt oben boden lieber ist das ist der tipp der schon tot mein freundes ist schon ein wenig spät gesagt ich habe ihn noch gemessert das reflex so wir kennen meine team vor den letzten spiel das spaß ist ein cooles spiel ich hoffentlich wenn ich leuten das spiel nicht mehr spiel wie es macht was aber ich habe schon so oft gespielt braucht manchmal eine pause davon zu lang ist auch nicht sehr gut okay und jetzt spring ich mal raus wo es hell das so lecker zu sehen für echt krieg ist der halb wo es hell so der hier tut die feinden an der bootsturm bei der bootsturm A. Werdet um uns erobert und B. Hast du das gehört, dass ich die Raketen angehörte? Los, 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 genau, los. Also, ich bin ja... Tu das eins, Schatz. Ne, bitte. Und ich geb' euch Deckung von hier oben. Jetzt gehen wir mit meinem Kehl's wieder. Das ist gut. Bitte weiter vor. Tell my wife I loved her. Du weißt niemand, was tut. Der mehr wird töten und der ist so besser wird werden. Jetzt wird mal das Spiel wieder ein wenig mehr Action. Jetzt krieg's mal Action wieder. Sehe ich aus wie ein Feind? Don't answer that. Don't answer that. Don't answer that one, please. Mein Freund, bitte, zurückkommen von der Tod. Ich bin Gott. Ich hab die Macht, Menschen zu retten vom Tod. Ich hab das gemacht, meine Leute. Mit THE DEFENSE. I can stop death. One of one promoted. Jetzt hör auf, der ganze Zeit zu sterben. Das war eigentlich ein Kill. So, das war eigentlich witzig. Der hat gestorben, wieder hin und zurück gebracht. Gestorben, wieder zurück gebracht. Ich kann dich retten. So, jetzt geht mal das Spiel für uns gut und für unsere Squad auch hoffentlich. Okay, jetzt war ich mal kurz ruhig, weil ich musste mal denken, was ich mache jetzt. Das nenne ich mal professionell alle ausgeschaltet. Außer ihr. Die machen ja gut eigentlich. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut ist gut. Little joke. Wir warten mal kurz auf einen Hubschrauber. Wir versuchen es mal. Ich glaube unsere Hubschrauber ist eh nicht mehr in Schlacht. Aber ich will nicht zu lang. Wir versuchen es noch einmal. Wir wollen halt. So, eigentlich muss ich dann bald aufhören. Weil meine Batterie ist fast leer für meine Kranken. So, in acht Minuten habe ich noch. So, wir benötigen schnell die acht Minuten noch ein paar Kills zu holen und dann sagen wir halt anke. So, ich will nicht wieder mal so ein langes Spiel machen. So, ich will es nicht wieder mal so ein langes Spiel machen. So, ich will es nicht wieder. Nie wieder. Aber, es ist in Ordnung für jetzt. So, diese Videos werden dann aufgeladen. Eigentlich soll ich es nicht sagen, wie sie werden aufgeladen. Und dann werdet ihr schon hören, sehen und dann ist egal. Ich habe es jetzt schon gesagt. Ich mag Playstation richtig. Das ist eine sehr gute Konsole. Ich glaube wir haben ein feindlicher Sniper gehört. Komm, wir jagen eben. Release the Hounds. Ach, ich wollte eben Medic. Ihr kennt Battlefield 2, glaube ich. Man könnte mit diesen Heil-Dinge Leuten töten. Ich würde gerne da drin fliegen. Geht's nicht? Hm, ist das jetzt am... Äh, ja. Äh, bitte. Okay, ist das jetzt am... Hat uns getroled. So, jetzt stopp ich mal. Aber, wir schauen mal wie viele Kills wir haben. So, wir haben 18 Kills und ein neues Scope gekriegt. Ne, einen Barrel. Und, wir haben 18 Kills, 13 Mal gestorben. 4893 Punkte. So, wenn nächstes Mal... Schreibt mir in den Kommentar, ob wir noch eins sehen. Oder ich... Ich mach schon mal noch eins, aber... Schreibt mir aber trotzdem. Ihr seid uns gefallen. Und sagt mir, ihr werdet mehr davon sehen. Und was soll andere Let's Places sein machen. Und, das nächste Mal wird's rush sein. Und ich flieg mal in ein Flugzeug. Auf Cargert Island. Bis dann. Tschüss.